Hallo, ich bin Gustav Lentschengelser, die Regisseurin des Dokumentarfilms Dem Leben entgegen Kindertransporte nach Schweden. Mein Dokumentarfilm erzählt die Lebensgeschichte von vier jüdischstämmigen Zeitzeugen, die während der Nazi-Herrschaft von ihren Eltern in einen Zug gesetzt wurden Richtung Schweden mit den sogenannten Kindertransporten, um sie vor dem Terror der Nazis zu retten. Zu dieser Zeit wollten ganz wenige Länder nur jüdische Flüchtlingskinder aufnehmen. Etwa 20.500 haben es mit diesen sogenannten Kindertransporten ins Ausland geschafft, 500 davon nach Schweden. Ich habe vier dieser Zeitzeugen in meinem Film zu Wort kommen lassen und die Geschichten, die sie erzählen, sind verstörende Geschichten. Das sind die Geschichten von Kindern auf der Flucht, die teilweise ihre Rettung gar nicht als eine Rettung empfunden haben, die gar nicht verstehen konnten, warum ihre Eltern sie alleine ins Ausland verschickt haben und in ein fremdes Land, dessen Sprache sie nicht konnten, wo sie keinen Menschen kannten und mit gerade mal zehn Reichsmark in der Tasche. Insgesamt war diese Rettung für die meisten Kinder ein traumatisches Erlebnis, das sie ein Leben lang begleitet hat. Diese Geschichten sind traurig anzuhören, anzuschauen, aber ich bin der Überzeugung, dass solche Geschichten auch einem etwas an den Boden, unter den Füßen widerspüren lassen können, vielleicht einem sogar ein Stück weit Orientierung bieten können und vielleicht auch gerade in dieser Zeit, wo wir so frustriert sind wegen der Pandemiesituation, wir unsere eigenen Gefühle vielleicht nochmal neu verorten können. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu meinem Film irgendwie findet, online oder irgendwie direkt ins Kino irgendwann mal und euch diese Geschichten von diesen alten, klugen, weisen Menschen anhört, die uns so viel zu sagen haben und diese Geschichten sind nicht abgeschlossen. Wir können alle wunderbar einen Bogen zu der heutigen Zeit ziehen und ganz viel daraus lernen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und beste Grüße aus Stockholm.